Oh nein! 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 Was machst du? Ich will dich ja retten! Aber was soll ich tun? Stirb doch, stirb doch! Alter Schwede, ich bin halt völlig am Ausrasten hier. Ich steige jetzt hier den Wagen ein und dann bin ich erstmal weg, meine Freunde. Willkommen in den August an der neuen Folge Ich zeige dir online und neben mir liegt immer noch die Bonze namens BIPMAN MC DIGGER IN THE HOUSE Herr Bergmann, ich hab eine Frage, warst du nicht vorhin noch schwarz? Ähm, ja, aber ich hab mich einer chemischen, kosmetischen Operation unterzogen. Hä, wie geht das denn? Wieso bist du nicht mehr schwarz? War ich die ganze Zeit wirklich bei dir schwarz? Ja, ohne Spaß! Achso, jetzt bin ich aber dieser gut aussehende, mit einer Panzerung ausgestaltete, Sonnenbrillen getragende Daniel Craig. Jetzt bist du der, jetzt bist du die Bonze, die du auch mit deinem Geld verkörperst. Genau, 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 ja, der war irgendwie, okay, komisch. Mit Polunda, DCV DNS, was los? Ja, ich muss dazu sagen, ich hab mir halt für V-Gate, ähm, so einen Ganzkörperanzug eines, äh, Schwarzen gegönnt. Um halt, ähm, auch ein bisschen Anonymität bewahren zu können, weil wenn du viel Geld hast. Ähm, okay, wir sind jetzt hier bei einer Mission angekommen, wo wir einen Wohnwagen von verkrackten, äh, Drogenjunkies klauen müssen. Er gehört dazu. Verkrackten, crackten, okay. Ähm, wir müssen das taktisch angehen, Dena. Taktisch angehen, ja, ich wurde schon vorhin gewandt. Machen wir nicht so viel Stunk hier jetzt, machen wir nicht so viel Stunk. Warte ich. Nein, warte! Vorsicht! Oh, oh, ich bin gestolpert. Ich möchte einmal hier. Zeigen wir, der Barbo ist. Zeigen wir, der Barbo ist. W-w-w-w-wissen wir, der Barbo ist. Was ist denn los bei dir? Nee, soll ich einsteigen oder? Ja. Okay, okay. Spring rauf. Nein, was machst du denn? Nee, ich steig doch noch ein, du bist viel zu... Ich esse jetzt mal kurz, was ich meine Wettbewerke mache. Okay. Lecker. Mh. So, und jetzt? Warte. Okay, go. Guck mal, jetzt rastet er aus, er rastet völlig aus. Warum hast du ihn aus? Ja, weil die Reifen geplatzt sind, er hat sich erschrocken. Das ist genau das, was ich meine. Jetzt fallen sie mich hierüber. Du mieser... Scheiße! Ey, komm... Was machen wir jetzt? Ja, am besten... Ähm... Ey, ich raste aus. Also scheiße, ich werde sterben. Wo bist du denn? Ich werde sterben. Ich fahr weg, ich hab auch Panik. Hast du den Wohnwagen geklaut schon? Nein, noch nicht. Ich versuche einfach noch... Oh nein! Wo denn? Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich will nicht abholen, das geht nicht so leicht. Oh nein! 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 Was machst du? Oh, Alter. Ich will dich ja retten. Aber was soll ich tun? Stirb doch, stirb doch! Ey, nein, nein, Alter. Alter Schwede. Ich bin jetzt völlig am ausrasten hier. Ich steige jetzt hier den Wagen ein und dann bin ich erstmal weg, meine Freunde. Ja gut, mach das. Ist das schon Teil der Mission jetzt? Ja, das ist die Mission, natürlich. Oh Gott! Das sind die Crack-Junkies, die wir eigentlich hätten austricksen sollen. Hat das super geklappt, Lena. Danke. Ich wollte sie verwirren. Ich wusste, dass sie nicht ausrasten, weil mein Auto kaputt ging. Ja, das ist eh das geilste, dass sie Reifen platzen und er rastet völlig aus. Okay, hast du noch das Scharfschützengewehr? Ja? Ja, vielleicht. Ich glaube, ich bin... Nein, ich habe nur noch eine Pistole und sonst nichts. Okay. Habe ich das Scharfschützengewehr? Ich habe es natürlich auch nicht. Okay. Aber du hast ein gutes Auto. Ja, aber die Karre ist auch schon komplett kaputt. Oh, scheiße. Ich habe auch keine Rüstung, gar nichts mehr. Jetzt wird es natürlich... Wir haben natürlich den Überraschungseffekt so ein wenig. Da kommt einer auf uns zu. Siehst du ihn? Oh ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Kriegste den? Kriegste den? Ah, ah. Doch, 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 doch. Ja, sauber. Von links, von links, Auto von links. Routerrad von links. Uuuuh, ich bin fast toooot. Ja, renn weg, renn weg, renn weg. Hinter uns, auf der Straße hinter uns. Auf der Straße hinter uns einer. Wo, wo, wo? Die schießen auf mich, ich bin fast tot. Ich habe null Leben, ich habe null Leben. Wenn ein Schuss mich irgendwie nur streift, bin ich tot. Scheiße. Scheiße! Ich versuche nochmal hier... Oh nein, okay, ich bin auch gleich tot. Ich bin auch... Wo sind die denn alle? Ich bin tot. Okay, alles klar. Okay, das heißt, ich habe zumindest Energie. Jetzt gehe ich da rein und werde die Bomben irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wir haben null Team Leben, ne? Ey, bleib einfach... Oh, hier kommt jemand auf mich zugefallen auf dem Motorrad. Aber den habe ich gekillt. Okay. Okay. Ich unterstütze dich von hier, aber ich sehe gar keine Gegner. Ich sehe aber das Wohnmobil. Doch, da auf dem Dach sehe ich jemanden. Oh ja, ich kann sogar anvisieren. Ich habe einen gekillt von richtig weit weg. Ich bin der Piste, ich bin der Beste. Sauber. Oh, und die schießen auf mich. Ja. Wo sind die denn alle? Ich sehe... In der Scheiß... Okay, pass auf. Wir machen es einfach so. Wir vermieden jetzt einfach den ganzen Scheiß-Eingang da. Warte. Ich... Auf dem Dach habe ich schon mehrere gekillt. Oh, ich sehe schon wieder einen. Es wird immer rot. Ich sehe die nicht, aber ich sehe, dass es rot wird. Komm doch raus jetzt. Komm schon. Komm raus. Komm einfach raus. Komm einfach raus. Zeig dich, bitte. Ich? Nein, der Typ jetzt hier. Wenn er einfach rauskommt, dann ist gut. Die verstecken sich immer. Dann kommen sie wieder hoch. Und dann kill ich sie jetzt. Wenn der da wieder hochkommt. Ich spring einfach jetzt. Drei, zwei, eins. Go! So. Oh, ich glaube nicht, dass das so effektiv war. Nee. Aber einen hat zerrissen. Okay. So, den zweiten auch. So, mir ist jetzt... Doch, einer wird noch angezeigt. Doch, da oben auf dem Dach ist noch einer. Kriegst du die auf dem Dach? Nein, ich habe schon bis auf einen, glaube ich. Nein! Wo? Der killt mich fast. Der schießt richtig gut. Auf dem Dach der? Ja. Okay. Ganz oben oder auf diesem kleinen Balkon? Richtig auf dem Dach oben? Auf dem kleinen Balkon. Okay. Ich habe jetzt aber ein Motorrad. Vor diesem Likörschild. Ja. Uh. Auf der anderen Seite sozusagen. Achso. Auf der... Okay. Ja. Das ist so ein bisschen breiteres Dach. Genau. Ja, ich sehe ihn. Da oben Dach! Fuck, 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 fuck! Nicht sterben! Nein! Bist du tot? Verkehrsunfall! Deswegen bist du gestorben? Ja! Das gibt's doch nicht. Verkehrsunfall! Ey, jetzt wird auf mich... Okay, pass auf. Ich versuche jetzt einfach die scheiß Kiste hier zu holen. Und gut ist. Versuch das auch zu holen. Ja, 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 ja. Gib doch Gas, du scheiß Karre! Was? Oh, ein Schuss und ich bin tot. Ein Schuss und ich bin tot. Ein, ein Minischuss und ich bin tot. Ein Minischuss. Du schaffst das! Und ich bin tot. Schaffst du das jetzt? Ey, ich werd verfolgt. Du siehst das, ne? Ich seh's nicht. Auf der Karte. Doch, jetzt. Ja. Okay. Er ist nur ein Kilometer. Oh, da vorne ist auch noch einer. Nee, nee, nee. Der ist nicht böse. Ach so, aber der sah genauso aus wie der Bösen. Oh, Vorsicht! Alter. Ich sag dir, Verkehrsunfälle, das ist fast so schlimm wie Pferde. Verkehrsunfälle... Oh, fuck, Alter! Was ist da denn jetzt los? Nein, nein, die haben nicht gleich. Die haben nicht gleich. Ey, bitte, bitte, bitte. Komm, die ab in die Kurve, ab in die Kurve. Jetzt drehen, 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 drehen und... Dena, Mann, Dena, mach irgendwas. Bergmann, Bergmann. Alter, ich raste aus. Nein, die haben nicht gleich. Und diese Karre ist so scheiße langsam. Nein! Ich wollte gerade C4 und so, Mann. Mann! Einfach verloren. Ich hätt' dich gebraucht, Mann. Ich hätt' dich gebraucht. Ich wollte ja, aber ich war einfach tot. Wo werden wir denn jetzt hin teleportiert? Aus der Mission raus. Wir sind gescheitert. Wir können sie nochmal machen. Wollen wir das machen und diesmal richtig? Ja. Wir machen das. Diesmal machen wir richtig YOLO-Modos und gehen einfach rein, sofort, okay? Okay. Wie machen wir das nochmal? Auf Wiederholung, ja? Okay. Wiederholung, bitte. Ah, jetzt bin ich richtig auf 180. Schau, ich bin richtig am austasten hier. Oh ja, richtig. Hier geht's jetzt richtig ab. So. Ich kann mir natürlich wieder nichts kaufen. Einfach nur Einstellungen bestätigen und schnell starten. Ja, dann gebe ich dir eigentlich noch schnell ne Waffe. Warte mal. Nee, 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 nicht schnell starten. Warte. Okay. Schnell starten. Ich kaufe jetzt ganz viel Muni. Und dann kann ich dir zumindest die MP geben oder so. Okay. Bereit? Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Okay. So, die Schroflinte noch. Okay, okay. Alles klar. Und jetzt noch schnell Haft bringen. Okay, und los, 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 los. Du bist halt da? Okay. Ja, get go. Get, 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 get go. Aha. Geil wäre es natürlich auch, wenn wir ein ganzes Auto einfach nur mit Sprengstoff beladen, auf die Leute zu fahren, rausspringen und den ganzen laden einfach nur in die Luft gehören. Hast du das alles? Hast du das alles? Ja, klar. Warte, ich brauche eine Büroklammer und eine Packung Mehl. Ey, dann mache ich das. Okay, cool. Ich komme hier sogar an meinen Wagen. Du kannst mir Waffen droppen, ne? Ja, okay, Moment. Ich gebe dir, willst du Schroflinte oder Maschinengewehr? Warte, Vorsicht! Ich gebe dir nochmal die Schroflinte. Hä? Ich brauche ganz viel auf jeden Fall. Warte, ich habe schon das passende Auto. Achso, hast du die Schroflinte? Die liegt hier, die liegt hier. Ja, ich habe erst mein Auto besorgt. Die Schroflinte solltest du trotzdem aufnehmen. Mach ich jetzt. Ich habe erst das Auto besorgt. Hm? Das Auto ist da rüber gefahren. Ne, ich habe es eingesammelt, glaube ich. Okay, sehr gut. Ey, fahr, du Olle! Go! Oh! Oh! Alter! Wollen wir das jetzt machen mit dem Sprengstoff da reinfahren? Ja! Deswegen habe ich die extra Auto geholt. Ja, okay, okay. Dann richte ich den jetzt hier aus. Au! Ich habe aber die Waffen noch nicht die guten. Ich habe auch gar keine Munition. Du musst Munition noch droppen. Ja, warte. Ach guck mal, der kann auch richtig hier maximal aktive Haftbomben. Wieso hat denn der die jetzt hier so... Okay. Vorsicht, hier schießt schon hier, oder? Ne. Ich habe halt nur noch die Mikro-MP, aber ich brauche ja auch eine Waffe. Kannst du mir nicht Munition droppen? Ja, für die schon. Hier. Ja. Bringt dir das was? Nein. Für die Pistole kann ich dir. Ich brauche irgendeine andere Waffe ein bisschen. Ja, dann komm, dann nimm die, dann nimm du. Achso, doch, jetzt hast du ihn. Perfekt, ich habe zwei Waffen gehabt. Alles gut. Ja. Und dafür brauche ich Munition. Ne, doch nicht. Warte, warte, warte. Der Typ hier, wenn der gleich gegen die Haftminen fährt, dann ist der Wagen hier ganz schnell im Arsch. Und dann... Ist er eigentlich in der ersten Folge wirklich explodiert, weil ich über den Hubbel gefahren bin? Ne, ich habe gezögert. Ich dachte jetzt schon. Ach, da vorne ist es ja schon. Okay, pass auf. Willst du einsteigen jetzt, oder? Ja. Okay, warte mal. Fahren wir beide in YOLO-mäßig drauf und springen raus? Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, dann springen wir beide YOLO-mäßig raus. Okay. Es kann aber sein... Ja, weil... Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, dass wir draufgehen, wenn wir rausspringen. Aber wir probieren es jetzt einfach. So, da vorne ist der Eingang. Soll ich nicht reinfahren und du zündest? Weil wenn du Multitassel-mäßig machst... Ja, das macht natürlich Sinn. Okay, dann fährst du die Kiste rein... Und du zündest die von hier. Und ich zünde die von hier. Okay. Machen wir das. Okay, alles klar. Wir sind so... Es ist jetzt gerade Team... Team-Play hier par excellence. Das weißt du, ne? Okay. Ja, klar. Sind die Haftbomben noch dran? Ja. Oh ja, die blicken. Oh, fuck. Okay, meine Rüstung ist komplett weg, weil ich angefahren wolle. Du mieser Penner, ey. Du Hund. Okay, ich bin auf Position. Mach mich stolz, Deiner. Mach mich stolz. Okay, vorsichtig, fahren nicht die ganzen Autos. Du springst raus oder park... Du springst raus. Ich spring raus. Wo soll ich das denn hinfahren? Weil wir dürfen nicht die Wohnwagen kaputt machen. Nee, nee, Richtung Eingang. Da unter das Likör-Ace-Schild. Okay. Da kommen die ganzen Spacken nämlich raus. Okay. Okay, okay. Das war ziemlich fair. Hast du rote, rote Punkte? Ja, ganz viele. Okay. Oh, fuck. Raus aus dem Wagen. Hier kommt's den Wagen. Da können wir uns dahinter verschanzen. Ich bin hier. Ja, okay, auch gut. Oh, die können ja durchschießen. Was ist mit denen denn los? Ah, dieser Typ, dieser Scharfschütze da oben. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Einen hab ich. Nein, du bist nicht tot. Doch, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Dann bleib da. Ja, die konnten durch meinen Wagen durchschießen. Ist doch nicht so geil. Oh, scheiße. Schade. Oh, ich bin wieder da. Es war so eine gute Idee. Da musst du jetzt auch ein bisschen zurückhalten. Du kannst doch noch respawnen, ne? Ja, ja, bin da. Ist gut. Halt dich zurück und mach aus der Entfernung. Da muss ich diesmal zeigen. Wer der Babo ist. Richtig. Wissen doch, wer der Babo ist. Warte mal, lass mich zumindest den Scharfschützen hier fertig machen. Vom Dach. Ja. Der ist weg. Oh, Wasser. Ey, wer schießt denn jetzt? Ey, was sind denn das für krasse Schützen da? Das ist ja unglaublich. Der ist ja richtig gut, ne? Ja, der kommt. Oh, ich hab auf einen geschossen, aber der ist nicht tot, glaube ich. Ja, du darfst bloß nicht sterben. Du brauchst ne gute Deckung brauchst du. Du brauchst ne gute Deckung. Ich bin so angespannt gerade wieder. Ich trau mich gar nicht jetzt gerade irgendwas zu machen hier. Also ich kann zumindest die Leute vom Dach alle runter holen. Ich sehe, dass der sich da bewegt, aber der kommt nicht her. Oh, der ist tot, oder? Ja, warte. Komm jetzt her, Mann. Bist du noch um die Ecke da? Ja, ich steh noch genau da von Anfang an. Okay, warte, warte, warte. Der ist gleich weg. Okay. Ah, das gibts ja noch. Okay. Soll ich da reingehen in das Ding? Ne, ne, der Wohnwagen steht da rechts um die Ecke. Okay. Also reinwürdig auf keinen Fall. Wenn überhaupt. Okay, dann nicht. Hä? Ey, dieser Miese. Wenn überhaupt, dann müssen wir uns jetzt versuchen den Wohnwagen zu schnappen. Egal, YOLO. Wir rennen jetzt gleich beide hin. Aber soll ich mich allein holen und dich dann einsteigen lassen? Ja, oder so. Ich kann dann versuchen nochmal... So, der Typ ist tot. Ah ne, ist ja egal. Wir beide dürfen ja nicht mehr sterben, ne? Ja. Ne, ne, einer von uns kann doch ruhig sterben. Einer kann doch sterben? Wie viel Energie hast du? So gefragt. Voll? Ne, zwei Drittel so. Okay, pass auf. Oh ja. Komm hier mal zu mir. Siehst du mich? Hier hinten? Ja. Okay, pass auf. Komm mal hierher. Zum Busch. Ich leuchte hier ein bisschen rum. Okay. Okay. Ich habe fast voller Energie. Ich renne da jetzt hin, steige ein und du ballerst auf alles, was mich beim Wegfahren hindern will. Okay? Okay, 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 okay. Alles klar. Los geht's. Okay. Ich habe volle Angst. Lauf hinter dir her? Ne, ne, ne. Du bleibst da und ballerst gleich einfach auf alles, was da noch... Da, 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 da. Auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Von wo? Von da oben. Und von da hinten. Und von da hinten. Okay, ich versuche jetzt einfach wegzufahren. Okay. Hast du ein paar Leute? Ich schieße auch ein bisschen. Okay. Ich schieße einfach überall hin. Ich schieße überall hin. Okay, ich versuche einzusteigen. Versuche einzusteigen. Go, 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 go. Ich steige ein. Komm schon, komm schon. Okay, fah. Okay, 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 okay. Okay, hinter uns zwei Motorräder. Ich versuche Haftmine. Brachte nichts. Okay. Ich schieße aber auch ein paar. Ich habe einen gekillt, glaube ich. Sehr gut. Alter, Mann. Oh Gott. Das ist ja voll... Die werden sie töten und das... Das ist ja voll... Das ist ganz schön brutal, ne? Ja. Was ist das? Ich hätte ja am liebsten Frieden für die Welt und so. Ja. Was willst du machen bei den verkackten Drug-Junkies, Alter? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe sie wieder vergessen. So, ich werde einfach raus und zünden. Ich habe nichts gebracht, alles klar. Leider habe ich keine Haftbomben. Die hättet ihr nochmal geben sollen. Soll ich fahren und du Haftbomben? Ja, wie wollen wir denn jetzt wechseln? Anhalten? Einfach schnell anhalten und tauschen. Wir sind in 800 Metern da. Ja. Trotzdem. Geht doch nicht. Nein, das war Spaß. Jetzt mal die da kennen. Aha! Ja, ich bekomme. Sauber. Das ist aber eine ordentliche Leistung, Dena. Also auf der... Ey, das ist... Dena-Style ist das. Dena-Style, genau. Wir haben noch da hinten jemanden, aber in weiterer Entfernung. Wir schaffen das ja, oder? Ja, wir schaffen das. Oha! Gerade bist du überrascht, oder was? Ja, ja. Schon ein bisschen. Dass wir das schaffen. Das hätte ich mir in meinen kümlichen Träumen schon erwartet. Warte! Kein Ding von King. Bam! Oh! Ja, ja. Das war direkt hinter uns. Dann kommt aber noch einer. Aber er ist auch weg. Im Sprung. Oha! Hättest du gut getroffen. So. Okay. Okay. Wenn wir das nicht schaffen. Das sind die Bros hier. Das sind die... Ne? Crowd. Okay. Die coolen Leute. Ja. Das so. Gut geschärft. Oha! Mission Bestanden! Alter, das war... Oha, es gab ja sogar ein bisschen Cash. Jetzt bin ich einfach mal viel reicher als sonst. Und schon auf Leveln 8. Also... Immerhin. Läuft! Ja, jetzt hab ich mal eine Mission hier gemacht. Den geht hier online zusammen mit Herr Bergmann. MC Bergmann. Geht ihr auch an MC Bergmann. Direkt mal gefällt mir. Wie bitte? Ne, schon gut. Ich hab direkt mal hier Gefällt mir für die Mission gegeben. Weil ich fand ich ganz cool eigentlich. Wie fandet ihr das Ganze? Drückt auch den Aumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt es rein in die Kommentare, was ich machen soll. Und so weiter und so fort. Ich denke, die nächste Folge wird... Entweder mit Kev oder mit Brockenstance. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, wenn es euch mit der Bergmann gefallen hat, dann schreibt mir das. Dann machen wir das mal häufiger. Oder mit Paluten, ja und noch. Der soll ja auch ganz cool sein. Und schaut auf jeden Fall auch bei Herrn Bergmann vorbei. Der nimmt das alles ja auch auf. Und macht noch ganz viele andere Sachen mit. Einer runden Facecam. FK-Facecam. Allein für die runde Facecam muss man auf jeden Fall vorbeischauen. Du bist so lieb. Also, Leute. Macht's gut. Auch von mir. Tschüss. Vielen Dank für's Zuschauen. Noch drei. Wir sehen uns mal. Mas gut. Ciao. Tschau. Ciao. TIA Aщеaticia bei